Servus, ich bin der Flo. Ich stelle euch heute den Wahoo Core Rollentrainer vor. Eigentlich für alle Radlfahrer geeignet, die sagen im Winter, okay, mir ist zu viel Schnee auf den Straßen, zu viel Eis und ich will aber trotzdem meine Radlfitness im Winter aufbauen. Mit dem Wahoo Core Rollentrainer kann man sich zum Beispiel mit Zwift koppeln und da eigene Trainingsprogramme erstellen oder Trainingsprogramme von einem gewissen Trainingsplan nachfahren und kann somit wattgesteuert trainieren. Der Core wird ohne Kassette ausgeliefert, hat den Vorteil, dass natürlich unterschiedliche Kassetten im Umlauf sind, 10-fach, 11-fach, das heißt man schraubt am besten von seinem Hinterrad einfach seine Kassette ab, bringt die hier auf den Freilauf an und kann dann mit seiner eigenen Kassette trainieren. Was ich persönlich an dem Core auch sehr schätze, ist, dass er sowohl ANT Plus als auch Bluetooth unterstützt und somit sich mit nahezu jedem Brustgurt oder Powermeter verbinden lässt. Ich persönlich kann den Core jedem weiterempfehlen, der auf der Suche nach einer Indoor-Trainingsmöglichkeit für den Winter ist, dem die Berge zu weit entfernt sind oder der einfach abends nur mal kurz eine Stunde Zeit hat zum Trainieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017